Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit dem Observer Design Pattern beschäftigen. Dieses Design Pattern erlaubt es uns im Wesentlichen, wenn ein Objekt einen neuen Wert bereitstellen kann, beispielsweise indem sich eine Eigenschaft geändert hat oder weil beispielsweise ein aktueller Wert von einem Sensor ausgewiesen würde, dann können wir mit diesem Observer Design Pattern dafür sorgen, dass ein anderes Objekt benachrichtigt wird und auf diesen neuen Wert reagieren kann. Also ich möchte das nochmal ganz kurz anskizzieren. Wir haben im Wesentlichen eben ein Observable, heißt es auf Englisch. Das ist eben ein Objekt, das neue Werte bereitstellt oder eben auch einen geänderten Wert. Ich nenne das mal jetzt hier Changed Value, weil ich hier keine Umlaute habe. Und das wird eben über das Observable kommuniziert und der Punkt ist eben, dass wir hier einen Observer haben. Der guckt letztendlich eigentlich bloß, was macht denn dieses Objekt da drüben oder er registriert sich einmal, besser gesagt. Und jedes Mal, wenn eben das hier eintritt, dass sich entweder ein bestehender Wert ändert oder vielleicht ein neuer Wert beim Observable bekommt, ruft jetzt das Observable den Observer auf und sagt eben über dieses Notify, dass der Observer jetzt hier in seiner eigenen Implementierung auf diese Wertänderung reagieren kann. Und der Punkt ist eben auch, es muss nicht sein, dass wir eben bloß einen Observer haben, sondern es kann durchaus auch sein, dass an einem Observable mehrere Observer hängen. Ich mache das hier einfach mal mit Server 2. Dann werden eben hier dieser ebenfalls registriert und andersrum wird hier natürlich auch Notify vom Observable aufgerufen, damit wir hier eben sozusagen bei einer Wertänderung nicht bloß einen Observer benachrichtigen, sondern beliebig viele eigentlich, alle, die sich eben auf diesen Observable registriert haben. Insoweit zur Struktur. In UML sieht das Ganze eben so aus. Wir nutzen da natürlich wiederum Abstraktionen, damit wir die konkreten Implementierungen flexibel austauschen können. Im Prinzip gibt es hier aber genau drei Sachen. Wir haben hier Register. Damit können wir eben sagen, dass ein Observer hinzugefügt werden soll. Wir haben hier Notify und wir haben hier D-Register, mit der eben sich ein Observer bei einem Observable wieder abmelden kann. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal in der Implementierung an. Ich habe hier wieder ein neues Projekt einfach für dieses Pattern erstellt. Und ich fange einfach mal an, dass ich hier den Observable implementiere. Observable. Ja, was hat der für Methoden? Wir haben gesehen, wir haben eben eine Register-Methode, bei der wir eben einen I-Observer bekommen. Das wollten wir nicht. Observer. Und wir haben natürlich eine D-Register-Methode, wo sich eben ein I-Observer wiederum abmelden kann. Nicht Observable. Observer ist wichtig. Lass mich hier die Unterscheidung machen. Und das Wichtige ist eben noch, dass dieser Observable letztendlich dann hier die Möglichkeit hat, Notify auf diesem Observer aufzurufen. Diese Funktion nehme ich hier jetzt erstmal nicht drauf. Wichtig ist einfach, dass ein Observer sich auf ein Observable registrieren kann. Ja, dann bauen wir eben noch schnell das Interface für den Observer. Aber ebenfalls, hier haben wir eben dann eben diese Update-Methode, die ich gesagt habe. Hier wird eben dann eigentlich ein bestimmter Wert mit übergeben. Das heißt, ich werde das hier mal generisch machen, damit wir hier eben eine Nachricht letztendlich übergeben können. Oder Payload wird es häufig auch genannt. Oder einfach nur Item, was hier mit übergeben werden kann. Wir können das Ganze sogar Kontravariant machen. Und hier muss ich dann natürlich auch diese Sachen generisch machen, damit wir hier diese Punkte bekommen. Gut. Wir haben jetzt eben die entsprechenden Interfaces dazu gebaut. Was wir hier jetzt machen werden, ist, ich werde hier einfach mal einen Random-Value-Provider erstellen. Vielleicht mit Class davor. Und der wird eben genutzt als Observable. Und der soll eigentlich Int-Werte erstellen. Und was diese Methode jetzt eben noch hat, ist eine Start- und Stop-Methode. Und was wir hier eben machen, ist, wir erstellen einfach einen neuen Task über eine Factory. Und sagen hier einfach Start New. Und geben hier einfach eine neue Methode an, die privat ist. Die heißt Produce-Values. Und die wird hier einfach gestartet. So. Und natürlich, wenn wir I-Observable implementieren, dann sollten wir natürlich auch die D-Register- und Register-Methode haben. Ja, und was wird hier gemacht? Wir überprüfen natürlich erstmal, ist diese Observer null. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir hier eine Private List of I-Observer of T. Also hier bei uns eben Int Observers. Und diese können wir sogar Read-Only machen. Und initialisieren die uns einfach hier. Und wir fügen zu dieser Liste von Observers eben diesen neuen Observer hinzu. Und bei D-Register natürlich das Gleiche. Dann machen wir allerdings Observer-Remove, diesen Observer, den wir hier haben. Und hier in Produce-Values werden wir einfach noch abprüfen. Und hier in Private Bull Should Stop. False. Den setzen wir hier eben noch auf True. Und hier sagen wir einfach Should Stop ist gleich False. Entschuldigung. Das ist natürlich Blödsinn. Da brauchen wir True. Und hier oben, das brauchen wir gar nicht. Und was wir hier jetzt einfach machen, ist eine Endlosschleife. While Should Stop ist gleich False. Was wir hier jetzt machen, ist wir warten eine gewisse Weile. Ich weiß nicht, beispielsweise 700 Millisekunden. Und dann holen wir uns über einen Random Generator Private Random. Ich mache es hier jetzt mal ohne Dependency Injection, was eigentlich total verboten ist, wenn man es nach Design Patterns macht. Aber für dieses Beispiel ist es okay, meines Erachtens, wenn man hier mal eben das wirklich alles sich selbst erstellt. Das heißt, wir haben diesen Next Value hier. Hier und damit, wenn wir das gemacht haben, gehen wir einfach hier mit dieser Notify-Methode, die eben hier noch mit drauf sein soll. Das wollte ich nicht notify. Mit Next Value. Diese Methode erstellen wir uns hier. Und wir laufen hier einfach durch die Observers durch und rufen einfach auf jeden Observer Update drauf und geben ihm diesen neuen Wert mit. Das ist natürlich hier jetzt bloß ein exemplarisches Beispiel. Ich erstelle mir einfach hier eine neue Zufallszahl und gebe die an die Observer weiter. Und der Punkt, den ich aber eigentlich haben möchte, ist eben, dass hier eigentlich ein beliebiger neuer Wert hinzugekommen sein. Also es kann wirklich von einem Sensor sein, wenn Sie, was weiß ich, irgendeinen Hardware-Teil überwachen oder irgendwas, was außerhalb Ihres Prozesses läuft. Oder Sie haben eben irgendwie einen Wert, der sich im Value-Provider geändert hätte. Das wäre jetzt ein ganz anderes Szenario, wo Sie eben Bescheid geben wollen, hey, ich habe hier meinen Wert geändert, ihr könnt darauf jetzt reagieren. Aber ich mache jetzt sozusagen erstmal dieses erste Szenario, dass ich einen neuen Wert generiere und den dann eben hier über dieses Notify an die Observer weitergebe. Ja, und so sieht im Wesentlichen eigentlich eben der Observer aus. Wie gesagt, wir haben hier intern eine Liste und wir haben hier eben Notify. Dann kommen wir natürlich zum Observer. Den nennen wir dann doch einfach mal auch Random Value Observer. Und wir implementieren hier eben i-observer-of-ins. Und was wir hier jetzt einfach machen, ist, wir lassen uns über den Konstruktor, über die Pendency Injection eben eine ID geben. Die halten wir uns hier fest und sagen hier einfach bloß mal zu Debug-Zwecken, Console, Write-Line. Und dann mit eben, wie wäre es denn mit Observer-Neuer-Wert. Na, wohl, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Halten wir es kurz und knapp. Wir geben hier eben die ID von uns an. und den neuen Wert. So, jetzt ist bloß meine Frage, warum wir hier noch immer Probleme ansetzen. Eigentlich sollten hier keine sein. Gut, und das war es eigentlich auch schon im Wesentlichen zu diesem Observer und Observable. Wir können jetzt das, was wir gerade geschrieben haben, auch schon einsetzen. Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück in die Main-Funktion und erstellen uns ein Observable. Dazu machen wir eben einen Random-Value-Provider. Und dann erstellen wir uns mal zwei Observers. Observer 1. New Observer. Dem geben wir die ID 1. und Observer 2 ist eben New Random-Value-Observer mit ID 2. Beide registrieren wir gegen das Observable. Und dann rufen wir einfach auf Observable.start auf. Natürlich habe ich die Dinger wieder mal nicht public gemacht. Die eigentlichen Methoden, die ich noch haben möchte. Und wir haben jetzt nichts anderes hier als Observable.start. Und dann warten wir auf eine Eingabe des Nutzers. Und dann werden wir mal vom Observable mal den ersten deregistrieren. Observer 1. Wieder wegnehmen. Warten dann noch eine Weile. Und dann rufen wir eben observable.stop auf. Und dann rufen wir eben und damit können wir jetzt eigentlich schon anfangen. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Wir haben hier eben den Random-Value-Provider. Wir haben hier den Observer, die wir hier erstellen. Dann registrieren wir das Ganze hier. Das Ganze wird einfach bloß in eine Collection geschoben im Observable. Und genau das Ganze hier nochmal. Und jetzt rufen wir tatsächlich Start auf. Und ich werde hier mal einen Breakpoint setzen. Und dann hier einfach Continue machen. Hier machen wir einen Switch auf einen Background-Thread. Und wir landen hier tatsächlich jetzt eben in einem Hintergrund-Thread hier bei Random Next. Wir holen das Ganze und sagen Notify. Und wir haben hier jetzt eben die Observers und rufen auf den Update auf. Wir landen jetzt im Observer. und hier kann jetzt eben jeder Observer für jede Update-Methode seine eigene Logik ausführen. Wir haben es jetzt hier natürlich zusammengefasst. Aber prinzipiell wird jetzt hier einfach durch die Liste der Observer durchgegangen und auf jedem Update aufgerufen. Und wir könnten uns eben vorstellen, dass bei diesem Update die entsprechende Funktionalität oder eine jeweils andere Funktionalität aufgerufen wird. Wichtig ist eigentlich bloß, dass jeder Observer iObserver auf T implementiert. Und damit gehen wir eben weiter. Wir schlafen. Und dann nehme ich auch mal diesen Breakpoint raus, damit man jetzt auf der Konsole genauer sieht, was hier jetzt genau passiert. Und wir sehen hier eben Observer 1 und 2 geben eben jeweils die neueste Zufallszahl aus, die wir hier haben. Und die funktionieren wie gewohnt. Jetzt drücke ich mal Enter. Das heißt, wir kommen hier in der Program-Klasse dann an den Punkt, dass wir Observer 1 wegnehmen. Das heißt, wir dürften bloß noch Observer 2 sehen. Ab jetzt genau, das ist auch der Fall. Das heißt, unser Observable sagt bloß noch Observer 2 Bescheid. Enter hat sich deregistriert und dann mache ich nochmal ein Enter und wir stoppen dann und damit sind wir hier am Ende. Wir haben es jetzt über diese selbstgeschriebenen Interfaces gemacht, IObservable of T und IObserver of T. Der Punkt ist, das muss man in .NET nicht unbedingt machen. Dieses Pattern ist für Sprachen interessant, die keine Delegates und keine Events bieten. Prinzipiell werde ich jetzt aber mal diese Sache so umschreiben, dass wir keine Interfaces brauchen und stattdessen eben diesen Wert hier direkt über Events in .NET weitergeben. Also ich habe hier den Random Value Provider, der braucht auch keine Register Methode mehr, wir brauchen auch keine D-Register, hier unten haben wir sie, Methode mehr und wir brauchen auch keine Liste von Observers dann natürlich, sondern was wir bei Notify machen, ist, wir lösen ein Event aus. Ich mache hier ein Event, der in unserem Fall natürlich eine Action auf Int ist, Next Value Available könnte man das zum Beispiel nennen und in dieser Notify-Methode machen wir nichts anderes, als dass wir eben diesen Next Value Available Event auslösen. Ja, auch das ist letztendlich nichts anderes als das besagte Observer-Pattern, was wir gerade gemacht haben. Bloß setzen wir jetzt eben nicht Interfaces ein, um das umzusetzen und sozusagen explizit ein Observer-Bull und ein Observer, sondern wir nutzen einfach die Fähigkeiten von Delegates und Events in .NET, um das gleiche zu erreichen. Jetzt habe ich natürlich hier den Code in Main gebrochen, aber das ist gar nicht mal so schwierig, denn ich muss diese einfach bloß gegen die entsprechenden Delegate-Operatoren ersetzen. Ich sage hier einfach Next Value Available, darauf soll bitte Observer1 .update reagieren. Genauso hier unten Next Value Available plus ist gleich Observer2 .update und beim D-Register sage ich einfach Next Value Available minus ist gleich Observer1 .update Wir sehen jetzt eben hier, wie wir über Events genau das gleiche herstellen können, wie wir es eben vorher gewohnt sind. Wir sagen eben jetzt über einen Event Bescheid, nicht über einen expliziten Methodenaufruf, der in einem Interface steht und letztendlich passiert aber genau das gleiche, wie wir hier sehen. Wenn ich jetzt Enter drücke, ist eben bloß noch Observer2 dabei, der die Benachrichtigung bekommt. Wenn ich nochmal Enter drücke, dann stoppt das Ganze eben. Also wir sehen hier, das Observer Pattern ist letztendlich nichts anderes als das Hollywood Principle oder das Inversion of Control Principle. Wir registrieren uns auf ein bestimmtes Event, auf ein Observable sozusagen und immer wenn Observable dann bei sich im Code an eine Stelle kommt, wo er sagt, ich habe hier einen neuen Wert, dann wird eben jetzt hier ein Event ausgelöst, der letztendlich ja nichts anderes ist als ein Delegate Aufruf, der wiederum einen Methodenaufruf im Observer hier auslöst, eben dieses Update. Also genauso, wie wir es eben vom Button her kennen, auch das ist eigentlich das Observer Pattern angewandt. Das Observer Pattern ist insofern sehr wichtig, als dass es für viele UI Patterns interessant ist, nämlich genau dann, wenn ich eben ein Datenobjekt habe, das eben, was weiß ich, nehmen wir mal an, das ist eine Person, die hat einen Namen und der Name wurde jetzt eben über gewisse Art und Weise geändert, das heißt, wenn ich hier dann eine Textbox habe und diese hat ja eine Texteigenschaft, dann kann ich jetzt eben über das Observer Pattern sagen, ich kann hier jetzt eben sagen, hey, im Datenobjekt hat sich der Name geändert, bitte mach mal ein Update auf den Text deiner Textbox oder deines Textblocks genau alles, was dahinter steckt, ist eigentlich mehr oder weniger das Observer Pattern und das werden wir auch im nächsten Video nochmals wiedersehen, wenn wir uns das MVVM Pattern für XAML User Interfaces anschauen bis dahin sage ich aber vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, bis bald